Heute geht es um richtig geile Templates, die Farbverschiebungen machen. Orange und Teal, ein Klassiker, aber auch ganz andere Farbverschiebungen. Jetzt ist nur die Frage, ist das eigentlich Clickbait, wenn im Titel steht die besten Templates für Lumina AI? Es aber um meine Templates geht. Aber meine Templates sind doch die besten, oder? Hi, ich bin Stefan Klapsus und ich kann zwar nicht aus Kaffee Wein machen, nee, der Spruch geht anders. Hi, ich bin Stefan Klapsus und ich kann zwar nicht aus Wasser Wein machen, aber Kaffee. Und ich finde Fotos vor allem mit Farbverschiebung total genial. Also gibt da so einen Klassiker Orange und Teal, kennt bestimmt jeder, gerade bei Portraits. Aber auch Magenta und Blau, da habe ich mal ein Video zu gemacht. oder Cyan und Magenta oder Grün oder gerade bei Nachtaufnahmen mit Neonlicht finde ich so einen, ich nenne es mal Cyberpunk-Look genial. Also gerade mit so einem matten Blau, gerade in den dunklen Bereichen. Und ich habe lange daran gearbeitet, diese Templates zu kreieren, nur damit du das nicht machen musst. Und wir fangen mal an, ich zeige euch das mal und wir fangen mal an mit dem ersten Bild. Hier seht ihr jetzt all meine Farbverschiebung-Templates. Und eins meiner absoluten Lieblings-Templates ist Cyberpunk Neon. Das zeige ich mal als erstes. Und das gibt gerade in dunklen Bereichen so diesen Blau-Cyan-Ton. Ein bisschen in matt. Vorher, nachher, vorher, nachher. Man muss natürlich nicht immer übertreiben. Man kann natürlich auch mal sagen, ich nehme das ein bisschen zurück und möchte es nur so einen leichten Ton haben. So, als nächstes, Klassiker Orange & Teal. Das ist ein Porträt. Ich habe drei Orange & Teal. Da zeige ich gleich noch mehr zu. Aber hier zeige ich jetzt mal Orange & Teal Porträt. Speziell für Porträts gemacht. Was so die Hautfarben erhält. Ich kann ja mal ein anderes Orange & Teal anklicken. Hier ist es ein bisschen grün. Vielleicht findet ihr das auch gut. Aber ich nehme Orange & Teal Porträt. Das achtet mehr auf die Hautfarbe. Jetzt gucken wir mal im Original. Orange & Teal. Normalerweise macht das natürlich Sinn, wenn ihr auch Blau-Anteile drin habt und auch Orange-Anteile im Foto. Denn macht das Sinn, wirklich auch ein Orange & Teal-Template zu verwenden. Hier finde ich das trotzdem ganz gut, obwohl man gar nicht so diesen Orange & Teal-Anteil im Bild hat. Aber meine Lieblingsvariante ist für den Fall Zyran. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Zion, Zyran. Ich sage Zyran. So. Und das finde ich am genialsten. Hier holt er sogar mehr Rot vor nochmal. Aber ich finde, das passt. Also bei jedem Bild sieht alles ein bisschen anders aus. Nicht jedes Template passt zu jedem Bild. Hier finde ich, Zyran passt wirklich am besten. Vorher, Nachher. Vorher, Nachher. Sieht genial aus, oder? Ich nehme mal nochmal ein bisschen zurück. Weil vielleicht will man es ja gar nicht zu stark haben. Doch. Ich finde es voll drin. Ich finde es richtig gut. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Und ich wollte euch die drei Teal & Orange Varianten zeigen. Also es gibt einmal Orange & Teal, normal. Orange & Teal Dark. Für eher dunklere Bilder, Nachtbilder zum Beispiel, ist das durchaus besser. Oder allgemein dunkel, Low-Key Bilder. Und Orange & Teal Portrait. Das normale Orange & Teal. Nicht unbedingt für Porträts gemacht. Das siehst du jetzt auch. Ich habe zwar diesen Teal-Anteil. Und ich habe auch Orange. Das sieht vielleicht ganz gut aus für Landschaftsaufnahmen und so weiter. Also für bestimmte Bilder. Oder wo ihr Orange habt, was nicht unbedingt Porträt ist. Es passt aber nicht so gut für die Haut. Es ist okay. Aber der Hautton wäre schon schöner, wenn das nicht so ist. Man könnte natürlich sagen, gut, ich mache das nur so ein bisschen. Solange das es trotzdem immer noch zu dem Bild oder zu dem Hautton passt. Aber wie gesagt, für Porträts habe ich Orange & Teal Portrait. So. Jetzt nochmal Orange & Teal Dark. Passt zu diesem Bild auch nicht. Weil das ein sehr helles Bild ist. Aber manche sehr dunkle Bilder. Da passt das ganz gut. Wenn das Dunkle auch gut erhalten wird. So. Auf dieses Bild passt auch wieder Orange & Teal Portrait. Es schafft Orange. Es verstärkt die Orangetöne. Und wenn ihr blaue Töne drin habt, geht das eher in diesen Teal-Bereich. Zeig mal. Vorher. Nachher. Vorher. Nachher. Ist kein so riesiger, dramatischer Unterschied. Bei Orange & Teal ist es ja oft gut, wenn es einfach nur so ein, nur so ein, so eine leichte Verschiebung hat und nicht so dramatisch. Also Orange & Teal ist sehr, sehr gut für Tagaufnahmen. Und bei Nachtaufnahmen finde ich es sehr gut, wenn es sehr dramatisch und sehr stark die Farben verschiebt. Hängt also von der Fotografie ab, welcher besser, ja, welcher Orange & Teal am besten geeignet ist. Jetzt gehen wir mal von den Porträts weg und wir nehmen einfach mal eine Nachtaufnahme mit Lichtspuren. Überall, wo ihr LEDs habt und überall, wo Lichtspuren sind, Autospuren und so weiter, finde ich, kann man einfach die Reihe durchprobieren, was einem ganz gut gefällt. Und im Prinzip hat sich hauptsächlich wirklich diese Changing Color Looks gemacht, wirklich für so LED-Beleuchtung, nur mit Porträt, ohne Porträt. So, auf dieses Bild, wir fangen wieder an mit Cyberpunk Neon, meine absolute Lieblingsvariante und bei diesem Bild, finde ich, passt das, finde ich, richtig gut. Ich mag so diesen matten Look und diesen Cyan, hier geht es jetzt sogar ein bisschen ins Grüne rein. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ich finde das total genial. Jetzt zeige ich aber nochmal was. Manchmal, zum Beispiel hier ist es jetzt gerade, ist mir das eigentlich ein Tick zu grün. Und ihr könnt natürlich alles immer nochmal zusätzlich bearbeiten. Und alles, was in der Vorlage bearbeitet ist, das sieht man hier immer anhand des Punktes. Da sieht man immer, was geändert wurde. Also Farbverschiebung natürlich, deswegen immer viel Farbe. Dann könnt ihr durchgehen. Und das Einzeln nochmal selber bearbeiten. Braucht ihr meist aber nicht. Das Wichtigste ist unter Belichtung. Und bei ganz vielen Bildern, da erscheinen die Farben dann doch nicht so schön. Und das korrigiert ihr einfach über einen Weißabgleich. Hier habe ich zum Beispiel, ich finde das ein bisschen zu grün, ich hätte das bläulicher. Nur einen Weißabgleichregler, also nur einen Temperaturregler. Den zieht ihr entweder ins Wärmere oder ins Kühlere. So, und mir war das zu grün. Ich ziehe das so ein bisschen ins Kühlere rein. So. Und schon gefällt mir das einfach noch besser. Ich finde, Nachtaufnahmen können oft kühler sein. Vorher, nachher. Vorher war es sehr warm. Nachher. Und das habe ich nur über den Weißabgleich gemacht. Ich setze den Weißabgleich nochmal auf die Mitte. Auch okay. Mir gefällt die kühlere Variante lieber. Also, immer dann, wenn irgendwas nicht stimmt mit den Vorlagen, beziehungsweise wenn es euch nicht ganz gefällt, geht einfach nur in Belichtung rein und einfach nur Weißabgleich Temperatur. Und damit ändert ihr schon deutlich was. So, das waren jetzt natürlich sehr, sehr schicke Bilder. Ich nehme jetzt einfach nur mal einen Schnappschuss aus dem Hotel raus. Da war ich im Hotel auf der Reeperbahn. Auch LED-Beleuchtung. Und ich will nur zeigen, dass es einfach mit normalen Schnappschüssen, dass man die einfach auch aufwerten kann. Auch wieder meine Lieblingsvariante, Cyberpunk Neon. Und hier hat man wirklich mehr so diesen Cyan-Look, diesen Blau-Look, den ich mag. Und ich finde schon, einen Schnappschuss aus dem Hotel, ja, hätte ich auch nur ein bisschen besser machen können. Aber ich finde trotzdem mit diesem Cyberpunk Neon, sieht auf einmal deutlich genialer aus, finde ich. Ich gehe mal ganz kurz nochmal in den Weißabgleich rein. Ich habe ja gesagt, darüber könnt ihr einfach sagen, ob ihr es dann doch ein bisschen wärmer haben wollt. Oder doch stärker ins Blau rein. Das ist natürlich zu viel. In dem Fall finde ich aber, zuck, Doppelklick und dann springt er wieder auf die Mitte. In dem Fall finde ich aber die normale, die Standard-Version super. So, Orange und Teal in der Dark-Variante ist ja ein dunkles Bild. Da passt auch durchaus Orange und Teal Dark. Hier ist jetzt nicht unbedingt nur Orange und Teal drin, aber ich finde auch diese Variante vorher, nachher, vorher, nachher. Auch die gefällt mir sehr, sehr gut. Also Cyberpunk Neon gefällt mir auf dem Bild. Und Orange und Teal Dark ebenso. Als nächstes schauen wir uns mal das Spiegelhaus an. Das Bild kennt ihr vielleicht aus meinen anderen Videos. Das habe ich durchaus schon mal gezeigt. Und hier auch schon mal eine Bearbeitung gehabt. Und hier habe ich jetzt ein RAW-Bild. Grundsätzlich könnt ihr die Templates bei RAW und bei JPEG anwenden. Nur das Ergebnis ist manchmal sehr unterschiedlich. Manchmal macht es Sinn, die RAWs zuerst zu bearbeiten, als TIFF zu speichern und dann nochmal das Template anzuwenden. Ich zeige das mal, beziehungsweise zeige ich jetzt erstmal in diesem RAW. Ich habe speziell, hier zu passen zu diesem Bild, finde ich Magenta und Blue. Und hier habe ich extra auch zwei, einmal für JPEG, einmal für RAW. Grundsätzlich könnt ihr beide immer benutzen. Nur das RAW ist etwas besser für RAW geeignet, das JPEG ist etwas besser für JPEG geeignet. Ich fange aber mal weiter oben an. Also, Cyan Magenta, finde ich, passt durchaus dazu. Da habt ihr ja so richtig so einen Cyan-Look. Ein bisschen Magenta. Finde ich schon mal sehr gut. Cyberpunk, wie gesagt, mein absoluter Lieblingsfilter. Oder Template heißt das ja bei Luminar. Auch der gefällt mir da sehr gut. Jetzt könnte man hier, ich gehe nochmal in die Bearbeitung, Belichtung und hier auch wieder über den Weißabgleich. Und dass man da mehr in die Richtung verschiebt, wie man das vielleicht ganz angenehm, wie es einem selber gefällt. Orange und Teal Dark. Vorher, Nachher. Auch das passt sehr gut, wie ich finde. Und Cyan. Allgemein diesen Cyan-Look. Der Cyan ist oft heller. Nochmal, könnt ihr natürlich nachkrieglich auch ändern. Aber den Cyan-Look habe ich eher immer etwas heller gehalten. Vorher, Nachher. Vorher, Nachher. Aber am besten gefällt mir zu diesem Bild, und dazu habe ich ja schon mal ein Tutorial gemacht, Magenta und Blue. Jetzt gibt es JPEG. Wie gesagt, eher für JPEGs. Passt hier halt nicht. Das ist halt nur Magenta. Es funktioniert in dem Fall nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Deswegen, wie gesagt, Magenta und Blue. Orange. Jetzt passt das. Es ist blau und ich habe diesen Magenta-Anteil. Aber, falls ihr mein Tutorial gesehen habt, das Bild sieht nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Das gefällt mir nicht ganz. Und deswegen nehme ich das nochmal wieder zurück. Und bei dem Bild ist es halt wirklich so, dass ich das vorher einmal bearbeiten muss. Speichern. Und dann nochmal neu. Und zwar gehe ich hier mal Enhance rein. Und dann so ein bisschen, dass du mal sagst, die Belichtung ein bisschen zurück den Weißabgleich ein bisschen anpassen. Ein bisschen bearbeiten. Ich habe das schon gemacht. Ich springe mal zum nächsten Bild. Das sieht. Habe ich ein bisschen mehr Dramatik reingebracht. Über den Himmel zum Beispiel. Das ist aber im Prinzip einfach das RAW. Gespeichert als JPEG. Wie gesagt, zum Weiterbearbeiten ist eigentlich TIF besser geeignet. Wenn ihr es weiter, wenn ihr schon wisst, dass ihr es weiter bearbeiten wollt. Aber ich habe jetzt hier einfach das als JPEG. Und hier lege ich jetzt mal das Template oder die Vorlage drauf. Magenta und Blue JPEG. Bam. Und es sieht genauso aus, wie ich das haben wollte. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann kann ich ja ein bisschen wieder zurücknehmen, wenn ich sage, das ist mir doch zu viel. Hier wollte ich nur zeigen, es gibt halt Unterschiede. Manchmal macht es Sinn, mit dem RAW zu arbeiten und manchmal macht es Sinn, RAW zu bearbeiten. Vielleicht auch das RAW in zwei Varianten bearbeiten und speichern und danach nochmal die Templates drauflegen. Und das Ergebnis kann schon sehr unterschiedlich sein. Nächstes Bild. Ein Bild aus der Sächsischen Schweiz. Hier zeige ich mal, ich sage mal, ein kleinen Bonus ist mit drin. Ich habe einfach Frost und Heat. Also Frost soll Bilder kühler wirken lassen. Das kann man natürlich auch hauptsächlich über den Weißabgleich machen. Das macht aber noch ein bisschen mehr, dass es speziell die Schatten einfach kühler macht. Also Frost, ein bisschen kühler. So ist es eher ein bisschen neutral. Kühler. Oder halt Heat, um etwas wärmer erscheinen zu lassen. Also gerade wenn ihr Strandbilder zum Beispiel habt und ihr sagt, das war doch viel wärmer, als es auf dem Bild aussieht. Heat einmal andrücken und schon sehen die Bilder viel wärmer aus. Manchmal ist es zu viel. Das sieht man hier. Da müsst ihr drauf achten. Das ist jetzt wieder ein JPEG, was ich gerade bearbeite. Mit dem RAW kann man ja besser bearbeiten. TIFF auch. Und ein JPEG. Wenn das Template zu doll drin ist, dann kann es manchmal passieren, dass ihr so Streifen drin habt. Nennt sich Bending. Und das passiert durchaus mit JPEG-Bildern. Bei RAW oder TIFF passiert das eher nicht oder nicht so schnell. Denn ist der Effekt zu stark, dann muss man den durchaus wieder ein bisschen zurücknehmen, dass das Bending entsprechend nachlässt. So, nächstes Bild. Das ist jetzt ein relativ normales Bild und eher weniger Neonlicht. Also für die meisten Sachen ist es wirklich für Nachtaufnahmen viel Neonlicht und so weiter. Das heißt, nicht alles könnt ihr einfach anklicken und dann sieht es gut aus. Was hier geht, was immer geht, ist halt Frost, um es ein bisschen kühler wirken zu lassen und halt auch Heat, um es ein bisschen wärmer wirken zu lassen. Und was ich erstaunlich finde, ich habe eigentlich nur Heat. Eigentlich sollte es ein bisschen wärmer sein, dass es eher nach Sommer aussieht. Vorher, nachher. Aber auch, das sieht fast aus, als hätte ich den Himmel ausgetauscht. Habe ich aber nicht. Ich finde, auf einmal sieht der Himmel viel dramatischer aus. Das finde ich schon genial hier. Hier, nochmal, vorher, nachher, vorher, nachher. Vielleicht schon wieder ein bisschen zu übertrieben, kann man ja immer noch wieder ein bisschen zurücknehmen. Also, das geht immer. Orange und Teal geht auch oft. Hier ist ja ein bisschen Orange drin und hier ist Blau drin. Wenn ihr Orange-Anteile drin habt, Blau-Anteile drin habt, dann geht in der Regel auch Orange und Teal. Das ist jetzt kein Porträt, deswegen braucht man nicht Orange und Teal Porträt. Kann man auch anklicken und gucken, ob es einem gefällt. Hier macht das in dem Fall gar nicht so den großen Unterschied. Orange und Teal Porträt. Orange und Teal. Was hierzu auch passt, Cyan zum Beispiel. Auch das gefällt mir ganz gut. Vorher, nachher. Vorher, nachher. So Magenta und Blue und so weiter sind für Nachtaufnahmen. Macht das nicht bei Tagesaufnahmen. Das, das bringt, ich klicke da mal einmal drauf. Aber in der Regel sieht das einfach zu sehr nach Farbverschiebung aus. Hat nichts an natürlichem Bild. Wobei Magenta und Blau sowieso nicht ein bisschen natürlich ist. Aber ich finde, bei Nacht passt das immer noch. Bei so Tagesaufnahmen überhaupt nicht. Wie gesagt, dafür nimmt die anderen. Link zu meinen Templates findest du in der Beschreibung. Beziehungsweise direkt auf der Seite von Skylim. Und wenn du Lumina AI noch nicht haben solltest, habe ich für dich ein schickes Bundle. Also Lumina AI und meine Templates zusammen für einen guten Bundlepreis. Kennst du eigentlich schon meinen Masterclass Kamera Workshop? Falls nicht, schau ihn dir doch mal an. Ich bringe dir nicht nur das Fotografieren bei, sondern gleichzeitig erkläre ich dir deine Kamera. Also schau mal nach, vielleicht ist deine Kamera ja auch schon dabei. Und falls nicht, dann schreib mir gerne. Bis bald. Ciao.